Musik Seien Sie gegrüßt, mein Freund. Ich heiße Waldemar Rothinger und heiße Sie in meinem feinen Laden herzlich willkommen. Ich habe hier fast alles. Geschnitzte Holzpuppen, Kerzenständer, Tischdecken, feinste Stoffe und vieles mehr. Die Leute kommen gern hierher, um sich ein bisschen umzusehen und zu stöbern. Der Andrang ist groß und das aus gutem Grund. Meine Waren haben erstklassige Qualität und halten lange. Also was ist? Soll ich Sie ein bisschen herumführen? Ihnen die Geschichten meiner Waren erzählen? Alle haben eine zu erzählen. Und sie haben häufig auch eine lange Reise hinter sich. Ich habe sie von Rittern, Bauern, Buben, Männern und Frauen erhandelt, gegen Schmuck, Silbermünzen und andere Waren, habe sie auf der Straße gefunden und wenige auch selber hergestellt. Nun, haben Sie etwas Zeit? Haben Sie Muße genug, sich ein paar spannende Geschichten anzuhören? Mit mir durch tausende Leben zu reisen, tausende von Geschichten, von Gegenständen? Ja, das ist wundervoll. Ich glaube, dass auch Gegenstände, Besitztümer, einen Teil der Seele ihrer ehemaligen Besitzer in sich haben. Dass sie zum Leben erwachen können, wenn man ihre Geschichte mit anderen teilt. Das ist immer ein magischer, ungreifbarer Moment. Etwas, das selbst ich nicht immer fassen kann. Sehen Sie zum Beispiel die große, schwere Truhe dort hinten in der Ecke, auf der die dicken, alten Folianten gelagert sind. Ja, auch sie ist zum Verkauf und gehörte einem jungen Mann, vielleicht etwas über 30, der sie die ganze Zeit auf seinen Reisen mitgeschleppt hat. Nie hat er sie befüllt und trug sie ständig bei sich. Ein seltsamer junger Mann, nicht wahr? Er musste leider viel zu früh von dieser Welt scheiden. Seine Todesursache bleibt in der Stadt ungeklärt. Und rechts neben der Truhe, sehen Sie die geschnitzte Holzpuppe auf dem alten Stuhl? Die mit dem widerlich breiten Grinsen und den aufgerissenen Augen? Sie gehörte einem Mädchen, das genauso widerlich lächelte und genauso boshafte Augen hatte. Ihr trauert niemand nach, da bin ich mir sicher. Nicht mal ihre Eltern vermochten sie zu lieben. Sehen Sie diese Sammlung kostbarer und teurer Stoffe, dort, aufgeturmt neben dem Silberbesteck? Unter dem Bild mit dem Pferdegerippe, welches schon, als sie den Laden betreten haben, ihre Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat? Sie gehörten alle einem wahnsinnig reichen Kaufmann, einem Händler, so wie ich, der schon in ganz Europa war, in Italien war er gewesen, Griechenland und Frankreich. Er wird mich leider nie wieder besuchen kommen, weil auch er nicht mehr unter uns weilt. Doch seine verrückten Geschichten werde ich kaum noch vergessen können. Wollen wir kurz eine Pause einlegen? Sie hätten nicht geglaubt, dass so viele Objekte in diesem Raum eine solch interessante Vergangenheit haben, stimmt's? Nur zu, geben Sie es zu. Möchten Sie zur Pause vielleicht etwas trinken? Etwas, das den Geist wieder fit, die Seele wieder munter macht? Schön. Ich habe etwas Tee bei mir. Teuren Tee, den ich jedoch gerne meinen ehrenwerten Kunden einschenke. Kommen Sie, trinken Sie. Keine Hemmung, die Tasse ist für Sie. Passen Sie nur auf, dass Sie sich nicht die Zunge verbrennen. Gut, nicht wahr? Ich habe ihn von einem indischen Reisenden, dessen Leiche im Fluss dieser Stadt gefunden wurde. Ach, keine Sorge, der Tee hat seine lebendige Kraft noch in sich. Wollen wir nun weitermachen? Einen Blick in die hintere, dunkle, ja, gefährliche Ecke meines Ladens werfen, wo Spinnweben von der Decke hängen, wo Blut an Eisen klebt. Sehen Sie mich nicht so entsetzt an. Sie kommen unversehrt wieder zurück, vertrauen Sie mir. Den Weg über die morschen Bodendielen, das Gerümpel, zwischen den Regalen hindurch, den werden Sie wieder zurückgehen, unversehrt. Lassen Sie mich Ihnen auch die dunklen Seiten des Lebens zeigen. Nur Mut. Kommen Sie schon, folgen Sie mir. Es wird lehrreich. Raffen Sie sich auf und folgen Sie mir. Über diesen Bücherstapel hinweg, links an den Krügen vorbei. Sehen Sie? Es ist gar nicht schwer. Verspüren Sie Angst oder Unbehagen? Grusel? Nein, habe ich es Ihnen nicht gesagt. Nun gut. Sehen Sie dieses Schwert, das an der Wand hängt? Das Rote da ist sicherlich kein Rost. Der Ritter, dem es gehörte, lebt schon lange nicht mehr. Wie vielen Menschen wurde durch diese Waffe der Kopf abgeschlagen? Wie viele Menschen mussten verfrüht von dieser Welt gehen? Das Schwert ist sehr scharf. Ich könnte sie damit ohne Mühe in zwei Teile spalten. In einem kurzen, für Sie unbemerkten Augenblick. Oder der Morgenstern, der daneben hängt. Ist sehr schwer. Ihren Kopf würde er mit einem Schlag zertrümmern. Ihr Leben in einer kurzen Sekunde beenden. Sehen Sie das Fallbeil? Den Bogen neben dem Köcher mit den Pfeilen? Passen Sie auf. Ich bin mit ihm sehr geschickt und habe schon dem einen oder anderen Gauner, der mich nachts ausrauben wollte, einen Pfeil in den Kopf gejagt. Die Axt, den Dolch, das Messer? Sehen Sie sie dort nebeneinander liegen? Die Abgründe der Menschheit? Den grundlosen Hass? Spüren Sie sie? Die gegen den eigenen Bruder gerichtete Wut? Die Zwietracht? Den Zorn? Und das, was ganz da hinten im dunkelsten Fleck des Raumes lehnt? Haben Sie das auch gesehen? Nein, Sie haben sich nicht versehen. Das sind Totenköpfe. Das sind Opfer dieses Hasses, dieses Zorns, dieser Wut, die Sie eben gespürt haben. Das waren Menschen wie Sie. Und nun bleibt nur Ihr bleicher Schädel übrig, in dem all Ihre Erinnerungen aufbewahrt sind, die nie wieder herauskommen. Haben Sie jetzt Angst? Sind Sie verstört? Das hätten Sie nicht von mir gedacht, nicht wahr? Aber man muss auch in die Abgründe des Lebens gucken. In den Hass, in den Neid. Aber gut, lassen Sie uns nun zurückgehen zum Licht. Wieder zurück zur Straße, zum Ausgang, zur Freiheit. Was sagen Sie? Sie fühlen sich nicht wohl? Ihnen ist schwindlig? Tja. Dann heißt das wohl, dass das Gift, das Sie durch den Tee in sich auslösen, aufgenommen haben, anfängt zu wirken. Es ist ein hochwirkungsvolles Gift und es garantiert den Tod. Ich habe es selbst aus mehreren erhandelten toxischen Substanzen zusammengemischt. Spüren Sie das leichte Pochen im Schädel, das Stechen in der Magengegend? Spüren Sie, wie bei Ihnen der Schweiß ausbricht? Ihre Beine zittrig werden? Möchten Sie sich hinsetzen? Ihre Symptome werden in den nächsten Minuten stärker werden und Sie werden an Ihnen sterben. Dann bleibt von Ihnen nur noch Ihr kostbares Amulett, welches Sie um den Hals tragen, Ihre wundervollen goldenen Ringe hier als Erinnerung übrig. Ihnen widerfährt dasselbe Schicksal wie das des grinsenden Mädchens, des indischen Händlers. Ihr Schädel wird hinten in der dunklen Ecke an der Wand lehnen, abgetrennt von Ihrem restlichen Körper. Was sehen Sie mich so entsetzt an? Das ist der Sinn des Lebens. Der Tod, nicht wahr? Ist das nicht eine segensvolle Art zu sterben? So voll von Erkenntnis? Nein? Nun gut. Aber seien Sie sich gewiss, Sie sind längst nicht der Letzte, der dieselbe Erkenntnis macht wie Sie. Lassen Sie sich das eine sinnvolle Lehre sein. Lassen Sie sich das eine sinnvolle Lehre sein. Lassen Sie mich so entschuldigen, Sie sind längst nicht der Letzte, der ist die N downtime und sie sich das eine sinnvolle Lehre sein. Lassen Sie sich das eine sinnvolle Lehre. Lassen Sie mich so entschuldigen. Vielen Dank.